Wasser, Güte, Pegelstände, Klimadaten. Das sind Informationen, die für Kommunen und Industrie wichtig sind, um sich Entwicklungstrends schnellstmöglich anzupassen und Ressourcen optimal zu nutzen. Die Terra Transfer GmbH mit Sitz in Bochum bietet vollautomatisierte Messnetze, die durch Nutzung von Internet-Datenloggern die gewünschten Informationen messen und per Mobilfunknetz in Echtzeit übermitteln können. Die so gewonnenen Werte stehen unmittelbar online zur Verfügung und lassen sich komfortabel per Internetbrowser anzeigen. Durch die Datenerhebung per Datenlogger werden somit gleichzeitig Fehler bei der Aufzeichnung, geringe Datendichte, hoher Personal, Zeit und Kostenaufwand sowie die fehlende Aktualität kompensiert. Dabei können die Intervalle der zu übertragenen Messwerte individuell eingestellt werden, um eine kontinuierliche Datenerhebung zu ermöglichen. Auch die Ladestände, der auf bis zu zehn Jahren ausgelegten Batterien, die Gehäuse-Innenfeuchte und die Betriebstemperatur der Datenlogger selbst lassen sich mit überwachen. Die Kompatibilität zu Software-Schnittstellen und gängigen analogen und digitalen Sensoren ist ebenso gewährleistet. Das System ist fähig, für die verschiedensten Geschäftswälder von Wasserklima- und Energiedienstleistungen eingesetzt zu werden. Beispiele sind vollautomatische Grundwassermessnetze, Warnsysteme im Hochwasserschutz, Baugrundüberwachung sowie luftfeuchte Überwachung in Museen und an denkmalgeschützten Gebäuden. Als Preisträger des Deutschen Gründerpreises konnte die Terra Transfer GmbH bislang nationale sowie internationale Projekte realisieren und besitzt Vertriebspartner in über 40 Ländern weltweit. Darunter fallen die Überwachung der U-Bahn-Baugrube am ehemaligen Stadtarchiv Köln seit 2011, Pegel- und Grundwassermessstellen für das Bundesamt für Umwelt der Schweiz sowie Gewässergütestationen am Dreischluchtenstaudamm des Yangtze-Qiang in China. Terra Transfer – das ist Technologie und Umwelt im Einklang. SWISS TOWSON WARS